Ho ho ho, meine lieben Bücherfreundinnen, herzlich willkommen beim 17. Türchen meines Bücherjahres-Highlights Adventskalenders. Heute mit Margaret Atwood und die Zeuginnen und theoretisch damit auch eine Empfehlung zum Die Report der Markt. Die Zeuginnen ist ein zweiter Teil, der in diesem Jahr erschienen ist, der von mir noch so ein bisschen zwiespältig eigentlich aufgenommen wurde. Denn Margaret Atwood hat vor über 30 Jahren den Report der Markt geschrieben, ein Buch, was so in den letzten zwei bis drei Jahren einen großen Hype erlebt hat, weil die Themen gefühlt aktueller sind denn je, obwohl diese Dystopie eben schon tatsächlich so alt ist. In der Geschichte um den Report der Markt und die Zeuginnen geht es um eine Stadt in den USA oder einen Bezirk, wo ja sehr christliche, ja merkwürdige Menschen ja im Grunde einen Staat gegründet haben, was eine Ursache war unter anderem, dass die Frauen immer weniger Kinder bekommen haben oder auch bekommen konnten und es ja verschiedenste Hierarchien in dieser Regierung, in dieser Welt sozusagen gibt in diesem Land und die Frauen doch relativ wenig wert sind. Es gibt dort eben auch eine Markt und diese Frauen können Kinder bekommen und die werden gewissen, ja sehr hohen Politikern zugewiesen und müssen die Kinder dann dieser Politiker austragen, weil in der Regel die Ehefrauen dieser Politiker das nicht mehr können. Man muss die Geschichte vom Report der Markt kennen, von diesem ja sehr extremen Gottesstaat. Man könnte es tatsächlich wahrscheinlich so nennen, weil man sich auf Religion stützt und die Männer unglaubliche Macht in diesem Land auch bekommen. Den Frauen werden die Kreditkarten weggenommen, die Frauen dürfen nicht mehr arbeiten. Alle Frauen, ja werden im Grunde auch in diese Kategorien eingeteilt, ob sie Märkte sind, ob sie Frauen von jemanden sind, ob sie Zeuginnen sind, wie dann auch im zweiten Teil. Und man muss zwangsläufig den ersten Teil kennen, um den zweiten dann auch lesen zu können. Und das war eigentlich auch so mein Grund, weswegen ich erst lange überlegt habe, ob ich die Zeuginnen, ja so als Jahreshighlight in diesem Kalender mit aufnehme, weil ich finde das bei einem zweiten Teil doch etwas schwierig, den man nicht unabhängig von Band 1 lesen kann. Aber, jetzt kommt das große Aber, dieses Buch war einfach Hammer. Dieses Buch hat mich gefesselt, spannungsgeladen, drangehalten. Ich habe das weggesuchtet wie nichts. Ich war in dieser Welt drin, ohne nochmal den ersten Teil in diesem Jahr gerereadet zu haben. Und ich war einfach fasziniert. Ich war gefesselt von den Ideen, die Edward hatte, wie die Geschichte weitergesponnen wurde. Und man hat hier eben Zeuginnen, die zu einem gewissen Zeitpunkt, ein paar Jahre nach der Reportermarkt, etwas über diesen Staat erzählen. Wie der sich entwickelt hat, wie es da hinkam, wie die einzelnen Charaktere, wir haben hier drei Perspektiven, auch das wurden, was sie sind. Unter anderem haben wir eben hier eine Frau, die außerhalb dieses Staates unterwegs ist oder ein junges Mädchen und die eingeschleust wird. Man muss es eigentlich so sagen. Dann haben wir ein junges Mädchen, das lernen wir zumindest kennen, als sie jung ist, die sehr privilegiert aufwächst, die aber auch nicht damit zurechtkommt, ihrer Rolle gerecht zu werden. Und ja, wir erfahren durch diese drei Perspektiven eben, wie diese Welt, wie dieses Land, wie dieser Staat funktioniert und wie frauenverachtend es dort zugeht. Es ist im Grunde auch sehr menschenverachtend, denn natürlich haben auch die Männer zwar eine gewisse Macht, aber dürfen auch nicht so immer das tun, was sie wollen. Und ja, man spürt hier in diesen Geschichten aber definitiv, dass die Frau, wenn man in dieser Welt, in diesem Staat aufkommt, dass man da nicht viel zu lachen hat. Und ich finde die Thematik gerade auch in den gefühlt letzten fünf Jahren unfassbar aktuell, wenn man sich umsieht auf dieser Welt, was da passiert, wie es passiert und finde es unfassbar gruselig, diese Vorstellung, ja, sowohl vom Reportermarkt als auch von den Zeuginnen, dass das irgendwie wahr sein könnte. Und dass es ja irgendwie wahr ist, weiß man, denn es gibt viele Länder, die ähnlich, sag ich mal, funktionieren, sich gewisse Dinge hat sich Margaret Atwood natürlich aus der Wirklichkeit herausgenommen. Und da sieht man mal, dass gefühlt eigentlich Fiktion auch gar nicht schlimmer sein kann als die Realität. Aber ja, Margaret Atwood hat einen Stil, der unfassbar packt, der einen fesselt, mitzieht, reinzieht, beschreibt, wie sich Charaktere fühlen, wie sich das aufbaut. Und das macht sie aber alles mit einer gewissen kühlen Distanz, was ich noch viel schlimmer finde, wenn ich ehrlich bin. Das war im ersten Teil ein Erzählen von Fakten, von Tatsachen und das zwar aus einer Distanz, aber durch diese Distanz war man noch mehr drin. Und so war es bei die Zeuginnen für mich auch. Mich packt diese Geschichte, mich hat das unfassbar bewegt, mitgerissen, zum Nachdenken angeregt und ja, ich fand es einfach großartig. Deswegen musste auch dieser zweite Band zusammen natürlich auch mit dem ersten Buch, was ich aber eben dieses Jahr nicht gelesen habe, hier auch unbedingt in die Jahreshighlight. Zudem auch richtig cool ist im Grunde, jetzt könnte man sagen, das Wendecover, denn die Rückseite ist ebenfalls sehr toll gestaltet und ja, sagt uns tatsächlich so ein bisschen was auch über die Geschichte, über die Zeuginnen aus. Und ich, ja, großes, großes Bücherkino. Margaret Edward ist gefühlt wirklich eine absolut grandiose... Margaret Edward für mich eine ganz, ganz große Autorin, die es wirklich schafft, einen, ja, wahnsinnig eine Geschichte zu erzählen und daher auch eine, ja, absolute Empfehlung von mir. Und ja, in diesem 17. Türchen und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen 17. Dezember. Jetzt dauert es ja gar nicht mehr lange. Bis Heiligabend und ja, wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut!